Jetzt kann ich noch ein bisschen reisen. Kannst du aufgehen, Kehrige? Jetzt sollen wir den Tisch noch reisen. Ja. Ich fasse ihn auf uns den Kabel! Das war's für 2, 3. Das pein! Das geht schon! Skhot! 1, komm! Ich muss das Nasch gut abbringen, dann rüben wir bei der Wack. Gut. 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 Selbstdemontage. Gut. Gut. Das Erlegende ist gut. 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 Gut.